Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Serie an diesem wundervollen Tag, wo ihr diese Serie seht. Heute geht es um ein weiteres Konzept, um die maximal besten Ausgaben aus GPT, Chat-GPT und Bing und so weiter und so fort, aus den Large Language Models unserer Zeit oder irgendwann in der nahen Zukunft zu bekommen. Heute eben mit dem Zero-Shot und Few-Shot-Prompting. Das ist ein Konzept, was ein bisschen Erklärung bedarf. Wir sind allmählich in den fortgeschrittenen Techniken, auch Chain-of-Fort-Prompting ist eigentlich schon ein bisschen fortgeschrittener, weil man verstehen muss, wie das Netz oder das System dahinter funktioniert. Und ja, das wollen wir uns einmal ganz kurz angucken. Zero-Shot-Prompting sieht so aus. Das ist Zero-Shot-Prompting. Klassifiziere den Text in Emotionen, positiv, negativ und neutral. Der Text ist, dieses Tutorial ist großartig, ich muss einen Like geben, was ihr definitiv tun solltet. Und die Gefühlslage ist positiv. Das ist sogenanntes Zero-Shot-Prompting, weil ich keine anderen Vergleichsanweisungen gebe. Allein aus dem Bestandsdatensatz, allein aus dem, was das neuronale Netz gelernt hat, muss es jetzt Schlussfolgern, was ist das eigentlich. Es gibt aber Situationen, wo das nicht so einfach machbar ist, wo es vielleicht Probleme geben kann. Ja, also das ist jetzt ein einfaches Ding. Aber was ist, wenn es zum Beispiel nicht möglich ist, diese Daten zu lernen? Also zum Beispiel, wenn ich das hier habe. Dieses Tutorial ist more. Das Wort gibt es an sich nicht. Ähm, und die Gefühlslage ist positiv. Ich muss morgen wieder arbeiten. Wabunda! Diese Gefühlslage ist dann negativ. Und die Bootstrap Academy, die ihr definitiv auschecken solltet, ist more. Und dann ist die Gefühlslage natürlich auch positiv. Sprich, ich kann Beispiele geben. Das hier ist ein Beispiel, um euch Beispiele zu geben für, ähm, ja, für Few-Shots. Und das hier ist ein Few-Shot, um genau zu sein, ein Two-Shot. Ähm, weil wir hier einen Shot haben. Das heißt, wir geben ein Beispiel, dann geben wir ein zweites Beispiel und dann sagen wir, mach das mal bitte hierfür. Was kommt dann bei raus? Vielleicht ist die Klassifikation in Emotionen nicht das beste Beispiel, aber Vorhersagen zu treffen ist hier ein sehr, sehr guter, ähm, ein sehr, sehr guter Ansatz. Hier zum Beispiel die Bootstrap Academy, die ja erst letzten Oktober wirklich live gegangen ist, also meine Academy, die ich ja auch mitgebaut habe und mit meinen ganzen Tutorials hier füttere, die ist im, also die ist nach dem September 21 gebaut worden. Wenn ich jetzt frage, wie viele Nutzer hat die Bootstrap Academy, dann kriege ich hier keine Antwort wirklich raus. Ich soll dort einfach mal nachgucken. Wenn ich jetzt allerdings eine, einige Beispiele nenne, zum Beispiel Prediction-artig Beispiele nenne, so, das sind wirklich hier übrigens nur fiktive Zahlen, das stimmt nicht ganz, ähm, beziehungsweise auch nicht mal grob, glaube ich. Aber, ähm, ja, also damit ihr ein Verständnis habt, was da passiert, wie viele Nutzer hat die Bootstrap Academy, klar, das sind nur geschätzte Zahlen, gebt bitte auch eine Schätzung ab und dann wird hier quasi argumentiert, dass die Zahlen dann im April bei 13.820 liegen könnten. Und, ja, das macht in dem Sinne natürlich Sinn, aber ihr seht sogar, wie die, ähm, wie die AI da draufgekommen ist. Was ist hier also passiert? Oder was können wir daraus mitnehmen? Auch aus diesem, äh, aus diesem Dings von hier gerade, mit diesen Gefühlslagen etc. Was ist hier passiert? Wir müssen uns überlegen, wie sehen wir eigentlich Dinge? Oder was, ja, wie erkennen wir Muster? Und das macht im Endeffekt die KI genauso. Oder das machen generell Large Language Models so. Sie erkennen Muster. Und wenn sie Muster noch nicht kennen, dann funktionieren sie nicht so richtig. Das funktioniert dann zum Beispiel, ähm, hier. Da sehen wir, okay, es sind halt keine Zahlen da, also wie soll ich daraus ein, äh, ein Muster erkennen? Wie soll ich daraus herleiten können, wie es in der Zukunft ist? Man arbeitet also mit, ja, logischen Schlussfolgerungen und Mustern, die wir als Menschen übrigens auch machen. Hier diese Gefühlslagesache, die wir gerade uns angeguckt haben, die arbeitet anhand von Mustern. Das heißt, es wird hier erkannt, dieses Tutorial ist großartig und like. Das sind zwei positive Wörter, deswegen ist die Gefühlslage insgesamt positiv. Aber wer bestimmt denn, ob diese, naja, diese Wörter positiv konnotiert sind? Wer bestimmt das? Also, das ist halt die Frage. Und das alles ist eben schon in den Trainingsdaten von GPT-4 enthalten. Das heißt, irgendjemand hat diese Trainingsdaten schon gelegt. Irgendwie haben wir diese Trainingsdaten in den Datenschatz geführt. Aber das ist nicht mit allen Eingaben so, die wir haben können. Zum Beispiel gibt es Möglichkeiten, ähm, ich mach mal ein Beispiel. Wenn ich hier frage, wie viele Views wird mein YouTube-Video mit Namens KI in der Spielentwicklung erreichen, dann weiß GPT-4 natürlich nicht, was meine, was meine Umstände sind. Es fehlt also hier auch wieder der Kontext. Und im Endeffekt ist dieses View-Shot-Prompting-Kontext, ja. Das heißt, wenn ich hier hochwertigen, informativen, interessanten Inhalt angebe, bla bla bla, ähm, dann, ja, dann ist das natürlich eine Voraussetzung für YouTube. Aber es ist halt nicht mal ansatzweise möglich, zu sagen, wie viele Aufrufe ich erziele. Weil eine Person mit demselben Video tatsächlich das Hundertfache oder Tausendfache erzielen kann an Aufrufen. Wenn ich jetzt hier allerdings angebe, ähm, wenn ich hier diese zusätzlichen Daten angebe, kann ich hier tatsächlich die KI dazu bringen, mir eine Vorhersage zu erstellen, weil sie einen ungefähren Anhaltspunkt hat. Und natürlich, dementsprechend grob ist die Schätzung hier. Ich meine, das ist Faktor 3, ja. Das ist, also, und die Zahlen hier sind übrigens fiktiv. Das ist hauptsächlich jetzt für meinen Vlog-Kanal, das Video war für den Tutorials-Kanal. Ist gar nicht so wichtig. Ihr versteht, glaube ich, was ich meine. Referenzdaten helfen bei der Einordnung. Und ich meine, das ist ja bei euch auch so. Wenn ihr mal für euch überlegt, ähm, nicht für meinen YouTube-Kanal jetzt bezogen, sondern für irgendeinen YouTube-Kanal. Ihr kennt diesen Kanal nicht. Ihr habt keinerlei Kontext zu diesem YouTube-Kanal. Und es fragt euch jemand, den ihr noch nie gesehen habt, von dem ihr nicht mal wisst, was es für eine Person ist, oder was für einen Hintergrund diese Person hat. Wie viele Views wird eigentlich mein YouTube-Video namens KI in der Spielentwicklung erreichen? Dann ist die einzige Aussage, die ihr geben könnt, ey, Digga, ich hab keine Ahnung, wenn du 5 Millionen Abos hast, wahrscheinlich schon ein paar, während wenn du halt nur 2 Abos hast, wahrscheinlich nicht ganz so viele. Wenn ihr dann allerdings hier noch ein paar zusätzliche Informationen gebt, dann kann man das ungefähr errechnen, was das eigentlich bedeutet. Und, ja, so kann man da vorgehen. Das ist im Endeffekt auch eigentlich eine Sache von Kontext, beziehungsweise eben von diesem sogenannten View-Shot-Prompting. Es geht alles so ein bisschen in dieselbe Richtung, aber ich glaube, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.